Liebe Kinder, wir spielen euch heute das berühmte Märchen Hänsel und Gretel. Die Hauptpersonen sind die Hexe und natürlich Hänsel und seine Schwester Gretel. Hallo. Eines Tages gingen Hänsel und Gretel in den Wald. Dort begegnete sie eines Tages einer bösen Hexe. Hallo ihr kleinen Kinderchen, kommt nur, kommt. Mehr wird noch nicht verraten. Kommen die Drei Hexe sexuell während dieser Sitzung wird. Und Sie haben sich nicht verraten.